Massengewalt ist dieses Nieder, was wir zu Recht immer beschwören, an verschiedensten Ecken der Welt und in der Nachbarschaft. Nicht sozusagen der industrielle Massenmord der Nazis, der passiert zur Zeit in Irgendwo. Aber Massengewalt führt völlig auf. Und da ist es grundsätzlich wichtig, klar zu haben, dass kein Mensch, keine Partei, kein Land damit alleine mit diesen Herausforderungen fertig werden kann, dass dieses nur gemeinsam geht über Parteigrenzen hinweg, über Nationen- und Regierungsgrenzen hinweg und dieses geht viel besser, wenn jeder und jede am Seiden und ihrem Platz dafür sorgt. Wer kann Held sein? Wer ist Weltreffer? Nein, das nicht. Aber wenn jeder die eigenen Möglichkeiten sieht, waren wir, glaube ich, schon sehr viel geholfen. Und ich möchte Ihnen nochmal, Herr Bürgermeister für die ganze Stadt, den Jugendlichen, für die nachwachsende Generationen, ganz, ganz herzlich danken für Ihren Beitrag durch die heutige Veranstaltung. Und diese heutige Veranstaltung, nachdem alle ja mitgebracht haben oder vorher mit dem Gottesdienst, das ist ja nicht eine isolierte Veranstaltung oder eine Alibi-Veranstaltung, sondern da stehen andere Sachen, andere Alten und Aktivitäten hinter. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.